Kurz vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine trat der Komponist Oleg Boyko mit dem Mare-Duo in Kontakt, um seine Kompositionen vorzustellen. Es entstand ein schriftlicher Austausch über eine mögliche Zusammenarbeit in der nahen Zukunft, der jedoch durch den Kriegsbeginn überschattet wurde. Boyko, geboren 1976 in Mariupol, lebt nördlich von Kiew und bekam die Wucht des Angriffs in seiner Stadt voll zu spüren. Er suchte Zuflucht in der Komposition der Dark Spring Sonata für Mandoline und Gitarre. Das Theater Gütersloh zeigt die Ersteinspielung durch das Mare-Duo. Zuflucht in der Komposition 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 Musik 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 Ich bin ein Schwerstabler. Ich bin ein Schwerstabler. Ihr werdet euch nicht.